Sehr geehrte Beate und Serge Glasfeld, sehr geehrter Botschafter François de Lattre, sehr geehrter Herr Olivier Lallieu, sehr geehrte Gäste, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserer heutigen Abendveranstaltung hier im Auditorium. Aber auch an den Bildschirmen, denn wir bieten auch heute wieder einen Livestream an. Unsere heutige Veranstaltung trägt den Titel Kämpfen wurde unsere Priorität, Beate und Serge Glasfeld und ihr Einsatz gegen das Vergessen. Sie bildet den Auftakt zur Präsentation der vom Memorial de la Chor in Paris erarbeiteten Sonderausstellung Serge und Beate Glasfeld, der Kampf gegen das Vergessen, hier im Dokumentationszentrum Topografie des Terrors. Eröffnet haben wir die Ausstellung gemeinsam am 8. Oktober im Roten Rathaus und seit knapp einer Woche ist sie nun hier im Haus zu sehen. Für die Präsentation der Ausstellung in Berlin hat das Memorial de la Chor die Ausstellung in die deutsche Sprache übersetzt und wir haben für unsere internationalen Besucherinnen zudem eine englische Übersetzung auf den Weg gebracht, die in Form eines Begleithefts im Sonderausstellungsraum zur Verfügung steht. Ich freue mich wirklich sehr, dass der schon Beate Glasfeld nach knapp zwei Monaten erneut die Reise von Paris nach Berlin auf sich genommen haben, um hier heute Abend mit mir im Gespräch zu sein und über Ihren Kampf gegen das Vergessen zu berichten. Ich danke beiden ganz herzlich dafür. Ich freue mich außerdem, dass ich auch den Kurator der Ausstellung, Olivier Lallieu, hier begrüßen kann. Und bevor ich gleich in das Gespräch mit Serge und Beate Glasfeld einsteige, möchte ich das Wort an Botschafter François de Lattre übergeben, der ein Grußwort sprechen wird. Sehr geehrte Frau Glasfeld, liebe Beate, wenn Sie erlauben, sehr geehrter Herr Glasfeld, lieber Serge, wenn Sie ebenfalls erlauben, Frau Riedel, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, Ihre Eröffnung dieser Ausstellung ehrt mich sehr und ich danke Ihnen herzlich, dass ich das Wort an Sie richten darf. Ich habe bereits im Oktober die Ehre, dieselbe Ausstellung, die Beate und Serge Glasfeld gewidmet ist, im Rotenrad Haus zu eröffnen. Und es ist gut und wichtig, dass Sie heute am Standort der Topografie des Terrors erneut gezeigt wird. Liebe Beate und lieber Serge Glasfeld, unser Treffen im vergangenen Oktober war ein starker und privilegierter Moment für mich. Wenn man über ein deutsch-französisches Paar zwischen unseren beiden Ländern spricht, sind sie die Referenz und das Vorbild. Sie sind zwei Persönlichkeiten, die in besonderer Weise die Verflechtungen der deutsch-französischen Geschichte und das gemeinsame Schicksal unserer beiden Länder verkörpern. Sie sind immer noch an allen Fronten aktiv. Erst gestern nahmen Sie an der Seite von Präsident Macron an der Ceremonie in der Gedankstätte Camp d'Émile teil. Und Sie scheinen noch nicht einmal müde zu sein. Sie erhält diese Ausstellung in der Topografie des Terrors Einzug an diesem Ort der Dokumentation und des Gedankens, der von so großer Bedeutung ist. Und die Ausstellung erhält an diesem Ort eine besondere Sichtbarkeit. In diesem Zusammenhang möchte ich das außergewöhnliche Engagement der Stiftung Memorial de la Shoah hervorheben, die als größte französische Gedenkorganisation diese Ausstellung organisiert hat. Merci au Memorial de la Shoah. Ich danke der Shoah Gedenkstätte in Paris und ich danke Ihnen, dass Sie diese Ausstellung so wunderbar heute repräsentieren. Ich bin vom fruchtbaren Austausch der Stiftung mit Ihren deutschen Partnern sehr dankbar mit der Topografie des Terrors und auch mit der Stiftung aus der Wannsee-Konferenz und mit der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Die heutige Ausstellung zeigt daher, wie eng die Erinnerungskultur und die Erinnerungsarbeit in Frankreich und Deutschland miteinander verwoben sind. Diese Erinnerungskultur lenkt unsere Blinke zum einen auf die dunkelsten Stunden unserer Geschichte, zum anderen bildet sie die Basis der gemeinsamen Zukunft, die uns besonders im Kontext unseres Europas erwartet. Kurz gesagt, das Gedenken bildet ein Fundament der einzigartigen und unverbrüchlichen deutsch-französischen Freundschaft und wieder einmal symbolisiert Ihr Paar diese Freundschaft mit unvergleichlicher Kraft. Erlauben Sie mir nun einige weitere Gedanken zum Ort an diesem Schau stattfindet. Es hat eine große symbolische Bedeutung, dass eine Ausstellung, die dem Lebenswerk von Beate und Serge Glasfell gewidmet ist, sich an einem Täterort befindet. Für die Topografie des Terrors wurde bewusst ein Ort ausgewählt, an dem die Kriminellen und Henker des Naziregimes ihre Spuren hinterließen. Beate und Serge Glasfell machten es sich zur Aufgabe, die Verbrecher in Deutschland, in Frankreich, ja sogar weltweit aufzuspüren, die zur Zeit des Nationalsozialismus für die Shoah verantwortlich zeichneten. Sie begannen ihre Arbeit in einer Zeit, in der die Shoah noch aus dem kollektiven Gedächtnis verdrängt wurde. In einer Zeit, in der die unsägliche Ermordung von mehr als sechs Millionen europäischer Juden in Vergessenheit zu geraten drohte. Indem das Gedanken an diesem zentralen Ort des nationalsozialistischen Terrors geholt wurde, verweist es auch auf die mangelnde Aufarbeitung der Verbrechen während vieler Jahrzehnte. Zugleich soll dieser Ort auch die unermüdliche Pionierarbeit würdigen, die von Menschen wie dem Ehepaar Glasfell geleistet wurde. Wir vergessen heute oftmals, dass diese Aufarbeitung lange Zeit riskant und sogar gefährlich war. Es brauchte couragierte, couragierte und entschlossene Persönlichkeiten, um das Vergessen zu unterbinden. Liebe Frau Glasfell, Cher Monsieur Glasfell, Sie sind solche Persönlichkeiten. Sie haben stets nach dem Grundsatz gehandelt, dass am Ende die Gerechtigkeit siegen muss. Die unsäglichen Verbrechen müssen gesünd werden, die geschichtlichen Fakten müssen ans Licht gebracht werden, die Familien der Ermordeten müssen Gerechtigkeit erfahren und die Opfer müssen aus dem Schatten des Vergessens befreit werden. Frankreich schaut mit großem Respekt auf ihr Handeln und ist ihnen zu tiefstem Dank verpflichtet. Ohne ihre historische Aufarbeitung, ohne ihre Zivilcourage, ohne ihre Gerichtsprozesse werden uns die Verbrechen des Vichy-Regimes aus der Okkupationszeit vielleicht nicht so präsent. Der französische Staat hat 50 Jahre gerungen, bevor er, bis zur Rede von Präsident Chirac am 16. Juli 1995, bevor er seine politische Verantwortung für die Jugenddeportationen in Frankreich anerkannte. Und alle verfügbaren Daten zeigen, dass die Machthaber des Vichy-Regimes wie Pétain und Laval zu keiner Zeit die Absicht heckten, französische Juden in irgendeiner Weise zu schützen. Diese Gerüchte, die sich bis in unsere Gegenwart hartnäckig halten, zielen darauf ab, die Geschichte zu verfälschen. Vor dieser Tendenz warnte auch Präsident Macron gestern im Camp d'Émile, wo sie waren, und erinnerte daran, Vichy-Frankreich hatte einen Staatsantisemitismus sowie Deportationen auf französischem Boden organisiert. Demgegenüber möchte ich heute den exemplarischen Einsatz von Beate und Serge Klachsfeld hervorheben, aber auch den Mitgliedern der Fils et Filles des Deportés Juifs de France, der Vereinigung der Kinder der deportierten französischen Juden, gebührt großer Dank. Ohne ihren Mut und ohne ihren langen Atem wäre es Frankreich nicht möglich gewesen, sich seiner eigenen Geschichte zu stellen und die unheilbaren Verbrechen anzuerkennen, die es verübt oder geduldet hatte. Diese Ausstellung führt uns vor Augen, dass Schweigen und Ignoranz lange Zeit die Aufarbeitung der Shoah behinderten. Sowohl in Frankreich als auch in weiteren Ländern wurden den ehemaligen Inhabitierten und ihren Familien über Jahrzehnte hinweg keine Aufmerksamkeit und kein Gehör geschenkt. Besonders in der Nachkriegszeit erfuhren die Zeugen der Verbrechen dieses Schicksals. Das Lebenswerk des Ehepaars Klachsfeld hat diese Dynamik unterbrochen und den Zeitzeugen der Shoah Raum gegeben. Daher möchte ich auch die historische Dimension ihrer Recherchen nennen. Mit ihrem Referenzwerk, Le Memorial de la Deportation des Juifs de France aus dem Jahr 1994, ist neben zahlreichen weiteren Büchern und Artikeln ein umfassender Überblick über den Holocaust erschienen. Das Standardwerk richtet sich sowohl an die Familien der Opfer sowie an die Wissenschaft. Doch auch im übertragenen Sinne haben diese beiden Persönlichkeiten ein wichtiges Kapitel in der Justizgeschichte des 20. Jahrhunderts geschrieben, in dem sie die Kriminellen des Naziregimes an die Justizbehörden auslieferten. Schere Madame Klachsfeld, Schere Monsieur Klachsfeld, Liebe Frau Klachsfeld, Lieber Herr Klachsfeld. ... neu bzw. wieder erleben, ist einerseits eine wichtige und verdiente Hommage an Ihre Arbeit, die uns fasziniert, die Fragen für die Zukunft aufwirrt und für die Nachwelt eine Quelle der Inspiration bleiben wird. Jedoch ist diese Ausstellung auch all den Menschen gewidmet, die sie dem Vergessen entrissen haben. Besser als sie es in ihren Memoiren schreiben, kann man den Zweck dieser Ausstellung nicht zusammenfassen. Und ich zitiere, der Holocaust hat nicht nur Millionen von Personen ausgelöscht, sondern ein Individuum und noch ein Individuum und noch ein Individuum und so weiter. Jedem dieser Menschen müssen wir ein Gesicht geben, seinen Lebensweg kennen, ihm seine Würde zurückzugeben. Sie müssen dem Vergessen entrissen werden, sie müssen aus der Anonymität geholt werden, sie dürfen nicht länger Forschungsgegenstände der Geschichtswissenschaft sein, sondern wieder zu Individuen mit einer eigenen Geschichte werden. Ende des Zitats. Meine Damen und Herren, leider müssen wir miterleben, dass Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit heutzutage in Europa vermehrt fußfassend und Frankreich ist keine Ausnahme. Präsident Macron warnte in seiner Rede, die er bei gestrigenen Gedenkveranstaltungen hielt, von einer Eskalation des Hasses. Die Reaktion auf diese Gefahr erfordert, wie Präsident Macron betont hat, das Gedenken an den Holocaust in die staatsbürgerliche Identität einfließen zu lassen. Und diese Gefahr erfordert unser Engagement, unsere Mobilisierung und unsere äußerste Wahrsamkeit, la vigilance la plus extreme. Das ist auch, cher Monsieur, chère Madame, das ist auch eine zentrale Botschaft dieser Ausstellung. Ich vous remercie. Applaudissements 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 Ich werde jetzt gleich mit Serge und Beate Glasfeld mich vielleicht 50 Minuten ungefähr unterhalten und Sie haben danach die Möglichkeit, natürlich auch Fragen zu stellen und die Möglichkeit gibt es auch für die Menschen an den Bildschirmen. Sie können E-Mails schreiben und die E-Mails werden auch eingeblendet und kommen dann hier auf dem Laptop bei mir an. Ja, liebe Serge, liebe Beate Glasfeld, ich würde sehr gerne unser Gespräch mit Ihrem Kennenlernen beginnen. Sie haben in der Vergangenheit gesagt, dass die vielfältigen Aktivitäten, die Sie ja entwickelt haben, um Nazitäter aufzuspüren und gegen das Vergessen anzukämpfen, vor allem auch aus Ihrer Verbindung heraus resultierten und dass mit anderen Partnern Sie heute auch eine ganz andere Biografie gehabt hätten. Sie haben sich 1960 in Paris an einer Metrostation kennengelernt. Sie, Beate, waren in Paris als Au-pair. Serge hat, glaube ich, noch studiert und Sie sind dann ein Paar geworden und das war ja damals eine sehr ungewöhnliche Verbindung. Ein jüdischer Franzose mit rumänischen Wurzeln und eine Deutsche aus Berlin, deren Vater als Soldat im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatte. Herr Glasfeld, hatten Sie anfangs auch Bedenken und Vorbehalte gegenüber einer Beziehung ausgerechnet mit einer Deutschen? Man darf ja nicht vergessen, der Zweite Weltkrieg... Sie müssten vielleicht einfach den Kanal nochmal ein... Ich höre sehr schlecht. Es geht um unsere Begegnung, unser Kennenlernen. Mein Vater starb in Auschwitz. Mein Vater sprach sogar sehr gut Deutsch. Er hatte in Deutschland gelebt. Meine Mutter hatte in Deutschland studiert. Und ihr Blick auf die Deutschen war fair, ausgewogen. Sie beurteilten die Deutschen nach ihrer Persönlichkeit, nicht nach einem Etikett. Sie lebten Frankreich, meine Eltern, denn sie hatten hauptsächlich in Frankreich gelebt und sie hatten sich auch in Frankreich kennengelernt. Wie ich sagte, hatten sie sich in Frankreich kennengelernt. Und da mein Vater festgenommen worden war, verhaftet worden war, hatte meine Mutter trotzdem ihr ausgewogenes Urteil über Deutschland bewahrt. Und als sie dann erfuhr, dass die großen, historisch gewachsenen deutschen Städte zerstört wurden durch Bombardements, da war sie entsetzt. Das war vielleicht unvermeidlich, aber sie war traurig darüber, weil sie in diesen Städten Deutschlands gelebt hatte. Sie war dort glücklich gewesen. Sie hatte in diesen Orten studiert. Und sie beurteilte die Deutschen nach ihrer individuellen Persönlichkeit. Das heißt, dass sie kein brutales Urteil über alle Deutschen fällte und sie über einen Kamm scherte. Nein. Und ich selbst hatte während des Krieges vielleicht mehr Vorurteile gegenüber Deutschland als sie. Ich hatte aber das Buch von Inge Scholl gelesen, die Weiße Rose. Und mich hatte der Umstand beeindruckt, dass junge Deutsche, die ja eigentlich den gleichen Weg hin einschlagen können wie andere, die junge Deutsche, und sie waren ja auch nicht allein, es war eine Gruppe von jungen Menschen, auch Dozentinnen und Dozenten waren dabei, Freundinnen und Freunde gehörten dieser Gruppe an. Also ich war überrascht, dass sie beschlossen hatten, sich dem Nationalsozialismus entgegenzustellen, obwohl sie wussten, dass sie dadurch wahrscheinlich sterben würden, dass die Gestapo sie verhaften würde. Das war ihnen bewusst. Sie wussten also schon, dass man sie enthaupten würde. Und übrigens kam es genau dazu für die meisten dieser Gruppe, der Weißen Rose. Also das hatte auf mich einen großen Eindruck hinterlassen. Ich sagte mir daher, dass es Deutsche gab, die ihr Leben opferten. Nicht nur gegen den Nationalsozialismus, sondern auch dafür, dass man Hoffnung für ein neues Deutschland hegen kann. Meine Vorurteile, die ich vorher hatte, oder meine letzten Vorurteile, fielen damit. Sie waren hinfällig. Und da ich jeden Morgen mit der Metro, mit der Untergrundbahn fuhr und Beate auch jeden Morgen mit der Pariser U-Bahn fuhr, kam es dazu, dass wir uns dann einmal trafen. Ich sah dort ein hübsches, junges Mädchen, eine hübsche junge Frau. Ich wusste nicht, dass sie Deutsche war. Ich sah, dass sie ein Buch der Allianz Francaise, der französischen Allianz, in der Hand hielt. Ich wusste also, dass sie eine Ausländerin war. Ich hatte versucht, sie zu verführen. Ja, und es ist mir auch ein bisschen gelungen. Ich erhielt nämlich ihre Telefonnummer, daraufhin rief ich sie an. Aber bei unserer zweiten Begegnung habe ich ihr jedoch nicht verheimlicht, dass mein Vater in Auschwitz gestorben war, dass ich Jude war. Wir saßen auf einer Bank. Ich erinnere mich, als ich ihr das mitteilte. Sie musste sich nicht setzen, weil ich ihr das enthüllte. Deshalb nicht, aber weil wir einfach unsere Beziehung aufrechterhalten haben, weil wir uns einander angenähert haben. Und nun, ich glaube, wir haben die richtige Entscheidung beiderseits getroffen, denn wir waren glücklich. Wir empfanden persönliches Glück. Und wir haben etwas aus unserem Leben gemacht. Wir haben es aufgebaut, und zwar in Abhängigkeit von unserem gemeinsamen Schicksal. Das heißt, dass ich meine Eigenschaft als Jude und Franzose handelte und Beate handelte immer als Deutsche. Beate half mir. Ich half Beate. Das war eine gegenseitige Hilfe. Ich half ihr bei der Durchführung ihrer Kampagnen und Aktionen. Sie half mir auch bei der Durchführung meiner Aktionen. Und wäre ich damals nicht an dem Ort gewesen, hätte Beate vielleicht niemals solche Aktionen begonnen. Und ich hätte es auch nicht gemacht, wenn ich Beate nicht getroffen wäre. Das zeigt doch, dass wenn die Deutschen und Franzosen sich treffen, sich begegnen und sich verstehen, dass das dann sehr, sehr gut für alle ist. Auf jeden Fall für Europa. Sie hat eine Geschichte zusammen und hat vielleicht Ihre Offenheit auch viel mit Ihrer Reisetätigkeit zu tun in den 50er Jahren. Sie sind ja ungewöhnlich viel mit verschiedenen Stipendien auch herumgereist, was in den 50er Jahren, glaube ich, in dem Ausmaß eher ungewöhnlich war. In den 1950er Jahren habe ich meine Studien beendet. Mein Hochschulstudium habe ich abgeschlossen an Politikwissenschaft und in Geschichte. Und das hat mich vielleicht darauf vorbereitet, was dann anschließend auf mich zukam. Und dann habe ich meinen Militärdienst geleistet. Das war auch wichtig. Eine Zeit, die doch sehr bewegt war. Es gab den Algerienkrieg. Es gab den Putsch im Jahr 1961. Und ich hatte keinen Ehrgeiz, keinen persönlichen Ehrgeiz. Ich wollte vielleicht eines Tages Professor werden. Aber das war der Militärdienst, der mir geholfen hat. Man hat mir verschiedenste wichtige Missionen übertragen. Und davon ausgehend bin ich dann unabhängiger, vielleicht auch intelligenter geworden. Es war vielleicht auch dank der Armee. Alles kann passieren. Die Armee hat mir geholfen, mich zu entwickeln. Und während ich meinen Militärdienst abgeleistet habe, habe ich weiterhin Beate getroffen. Ich bin zum ersten Mal nach Berlin gekommen. Das war 1961, als die Mauer gebaut wurde. Das heißt, mehr als 60 Jahre ist es her, seit ich zum ersten Mal in der Stadt war. Liebe Frau Glasfeld, wie war das denn für Sie? Also Sie wurden ja auch noch von der Zeit des Nationalsozialismus geprägt. Man muss eher sagen, vielleicht durch die Konsequenzen des Nationalsozialismus. Sie sind Jahrgang 1939. Sie waren noch ein sehr kleines Kind. Berlin lag damals in Schutt und Trümmern. Wie ging Ihre Familie damit um? Wie war die Situation? Und gab es da auch eine kritische Selbstreflexion mit dieser Geschichte? Also ich dachte, ich bin in Berlin geboren. Und als Berlin, unsere Wohnung, ausgeboren wurde, mussten wir Berlin verlassen. Aber ich habe die Bombenangriffe gehört. Wir mussten in so einem Keller verstecken. Aber ich hatte das Glück gehabt. Mein Vater war ja eingezogen zur Wehrmacht, obwohl es waren, wie viele Deutsche, die haben für Hitler gestimmt. Aber mein Vater gehörte keiner Nazi-Partei an. Aber trotz allem, ich sagte ja, er hatte das Glück gehabt, als Kriegsende, dass er, er wurde nicht nach Russland versatzt. Er hatte eine Lungenentzündung bekommen und konnte in einem Büro der Wehrmacht arbeiten. Und wurde dann von den Briten, von den Englanden gefangen genommen und wurde dann sofort wieder freigelassen. Er fand, wir fanden uns dann in Havelberg wieder. Dort hatten wir uns evakuiert, wohnten bei unseren Freunden. Die hatten eine Bäckerei gehabt und konnten dann zurück nach Berlin kommen. Aber ich sagte ja, dass im Allgemeinen, wie Sie schon sagten, das war, im Allgemeinen, das war, Berlin war verbombt gewesen. Ich hatte, wir hatten mit meinen Freunden, wir spielten in Ruinen. Mein Vater musste Steine klopfen. Aber die Deutschen hatten im Allgemeinen, besonders meine Eltern, auch die Freunde, meine Eltern waren eigentlich mehr, hatten niemals daran gedacht, also in der Schule wurde überhaupt vom Zweiten Weltkrieg nichts gesagt. Nichts gesagt, im Gegenteil. Die Professoren, die hatten wahrscheinlich Angst, dass die Schüler dann sagten, aber Sie, als junger Mann, wo waren Sie gewesen, haben Sie gemacht. Im Allgemeinen, bei den Deutschen war das so, die haben, wir haben den Krieg verloren und jetzt müssen wir wieder aufbauen. Und das war eigentlich das Einzige, was sie dann auch dazu brachte, also nicht die Vergangenheit zu sehen, aber nur die Zukunft. Und die Zukunft, das war, vergessen, wieder aufbauen. Und wir hatten dann auch natürlich die Tatsache, dass Deutschland war zweigeteilt, West- und Ostdeutschland. Und im Allgemeinen im Westen, der Feind war nicht mehr der Narzissmus, waren mehr eben die Russen gewesen, ja. Also deswegen, aber für mich war es auch richtig gewesen, denn wir hatten Verwandte in Ostberlin gehabt. Und ich ging von der einen, von Unterlinnen zu Kurfürstendamm und ich hatte damals schon das Gefühl, was mich wahrscheinlich auch später, also gestärkt hat, dass es nur ein einziges Deutschland gibt. Also ich habe gesagt, die kamen die Ruinen von West nach Ostland und ich, allgemein, ich sage ja, die Westberliner waren nicht nur mit den Ostberlinern, aber ich habe immer gesagt, es gibt nur ein Deutschland und das hat mich später auch immer dafür engagiert in meinen Veranstaltungen, ich bin eine wiedervereinte Deutsche, das war für mich schon von vornherein wichtig gewesen. Und deswegen gesagt, ich hatte, war das im Allgemeinen sehr wichtig, dass ich das erlebt hatte. Und ich bin dann, ich hatte kein Studium gemacht, ich hatte eine Wirtschaftsschule besucht und dann im Allgemeinen, meine Mutter sagte, die 3K, Kinderküche, Küche, was mir nicht so gut gefiel und ich hatte eben die Möglichkeit gehabt, eine Freundin von mir, die wollte nach dem Au-pair in London gewesen und wollte dann nach Frankreich, hatte schon eine Stelle gefunden und sagte, Beate, komm doch mit. 21, meine Eltern konnten sich nicht mehr dagegen auflehnen, obwohl Paris, also für ein junges Mädchen, war ja also im Allgemeinen nicht so sehr zu empfehlen. Und ich bin dann also dann nach Paris gekommen und ich sagte, ja, das Glück eben gehabt, dass ich kurz danach, das war der Tag, an dem Eichmann vom Missat entführt wurde und zum Prozess nach Israel gebracht wurde, dass wir uns an dem Tag getroffen haben. Das wussten wir allerdings nicht, aber später haben wir gesagt, wahrscheinlich war das der Augenblick, dass wir uns später einmal dafür einsetzen, dass NS-Verbrecher bestraft werden müssen. Aber ich hatte dann auch das Glück gehabt, ich sagte, ich wohnte in Boulogne, Serge wohnte in Versailles im 16., also wir wohnten nebenan und Serge hatte dann gesagt, du musst unbedingt meine Mutter kennenlernen. Das hat ein bisschen gedauert gehabt, aber dann, als ich meine Schwiegermutter zum ersten Mal traf, wie Serge schon sagte, sie hat in Deutschland studiert, sprach Deutsch und auch meine Schwägerin waren eigentlich sofort, damit einfach dann, dass wir zusammenbleiben. Und meine Schwiegermutter, also Serge Mutter sagte sogar, um also wirklich die Einwilligung von der ganzen Familie zu bekommen, müssen wir die Tante in Bukarest befragen. Das war die Schwestern von meiner Tante. Und Tante Lieder hatte gesagt, ja, diese Frau kannst du heiraten. Und das war dann eben die Ehe, die wir dann begonnen haben und heute noch glücklicher. Ja, 87, 83, ist schon eine ganz schöne Zeit. Ja, das ist wirklich eine Leistung. Das heißt, für Sie war ja dann sozusagen der Gang nach Paris auch eine sozusagen ein bisschen Befreiung auch, vielleicht aus diesem ja immer noch irgendwie zerstörten Berlin, wahrscheinlich auch enge Wohnverhältnisse, dann dieses, die drei Ks, die Sie schon genannt haben, also sozusagen hier nochmal irgendwie einen Aufbruch zu wagen. Sie haben schon erzählt und ich kenne das aus den Erzählungen meiner Eltern. Meine Mutter ist auch 39 geboren, mein Vater 1940, die auch gesagt haben, in den 50er-Jahre-Schulunterricht endete vor 33. Man hat eigentlich nichts über diese Zeit auch erfahren. Jetzt hatten Sie 1960 dann gleich einen Zeitzeugen als Partner. Wie war das für Sie? Sie haben jetzt ja auch durch Serge, der ja nicht nur Holocaust-Überlebender war, sondern ja auch Geschichte studiert hat, ja sicherlich einen ganz anderen Zugang zu der Zeit 1933 bis 1945 vor allem, also auch in Frankreich, was die Deutschen für schreckliche Verbrechen auch dort begangen haben. Wie war diese Annäherung an diese Geschichte und welche Konsequenzen haben Sie daraus gezogen? Das ist noch eine Frage an Sie, Frau Glasfeld. Serge hat ja auch einige Freunde gehabt, also die waren ein bisschen enttäuscht, dass Serge mit einem deutschen Mädchen ausgehen konnte, ja das war also, aber Serge sagte, du bist ja, du musst dich nicht schuldig fühlen, 39 Mal, aber du hast ja mindestens historische und moralische Verpflichtungen, die du eines Tages mal erfüllen kannst. Und ich sagte, ja, Serge sagt darauf, du sollst dich nicht schämen, das gab, wie es schon gesagt hat, Hans und Sophie Scholl, und Serge sagte, das hat mich, hat Serge davon gesagt, also du bist nicht schuldig, also es gab Hans und Sophie Scholl, die ganz genau wussten, worauf sie sich vorbereiten mussten, indem sie Flugbilder verteilen gegen das Nazi-Regime, also sie mussten ganz genau eines Tages festgenommen und hingerichtet werden. Und das ist wahrscheinlich sehr wichtig gewesen von Serge, dass ich dann später eben auch durch diese Tatsache, dass Serge, ich sagte, Geschichte studiert hatte, dann mich auch dazu brachte, etwas zu lesen, etwas zu erfahren und mich auch dafür schon versuchte, politisch zu interessieren, ich war dann damals schon Mitglied der SPD geworden und kannte sehr gut Willy Brandt in Berlin, dass ich zumindest uns dachte, also irgendwie, wenn es eine Gelegenheit gibt, mich irgendwie als gute Deutsche zu zeigen, würde ich es machen. Die Tatsache kamen ja später, das wissen Sie, aber Serge war auf jeden Fall sicher, dass ich eines Tages mal als gute Deutsche durch eines Tages dazu auch zeigen konnte. Und wir haben den deutsch-französischen Vertrag gesehen, die Gaule hat ihn abgeschlossen, wir haben uns dafür interessiert, wir haben uns für diesen deutsch-französischen Vertrag sehr interessiert, weil wir verstanden haben, dass es ein wichtiges Werk für die Zukunft Europas ist und Beate hat darum gebeten, eben auch im deutsch-französischen Jugendwerk aktiv zu werden. Sie ist als Sekretärin akzeptiert worden, das war 1963, das heißt, sie hat mitgearbeitet in diesem deutsch-französischen Jugendwerk drei Jahre später. Der neue Kanzler in Deutschland war ein alter Direktor der Propaganda-Maschinerie der Nazis, also ein großer Propagandist unter Hitler. Und das hat offensichtlich niemanden interessiert. In Deutschland sah es so aus, dass es sehr wenig Bedeutung hatte und in Frankreich hat es auch nicht so sehr interessiert, denn für diese intensiven Beziehungen nach dem deutsch-französischen Vertrag gab es keinerlei Proteste gegen diesen Kanzler in Frankreich. Und Beate hat sich dann zu engagieren begonnen. Zunächst haben wir ein Dossier erstellt, um sicher zu sein, was wir vorhatten. Und als dieses Dossier einmal zusammengestellt war, haben wir festgestellt, dass sich niemand wirklich für dieses Dossier interessierte. Und damit sich jemand für dieses Dossier interessiert, musste etwas geschehen, musste etwas getan werden. Nicht nur Dokumente, die erstellt wurden, sondern eine Aktion war notwendig. Und dann eine Aktion und eine weitere Aktion. Und damit ist es uns dann gelungen, diese Ohrfeige zu organisieren, die dann in West-Berlin 1968 am 7. November stattgefunden hat. Und Beate war die einzige Deutsche, die wirklich sich mobilisierte, um in Aktion zu treten. Selbst in Paris hat sie 50 Rosen, einen Rosenstrauß mit 50 Rosen, von einem Deutschen erhalten, der das geschickt hat. Und das war Heinrich Böll, dieser Deutsche, der ihr den Rosenstrauß geschickt hat, weil er sicher war, dass Beate recht hatte. Und Beate hat ihren Kampf fortgesetzt. Das heißt, der Kampf, um zu erreichen, dass das Parlament ein Gesetz verabschiedet, das diese deutsch-französische Zusammenarbeit 1971 von Willy Brandt unterzeichnet ratifizieren würde, wo die CDU und die FDP wollten das nicht ratifizieren. Das war eben ein Kampf in der deutschen politischen Gesellschaft, ebenso wie der Kampf, was Kiesinger anging, oder der Kampf gegen Ernst Achenbach, der Kommissar werden wollte, der von Willy Brandt als Kommissar für Brüssel nominiert worden war. Also Beate war immer die Einzige, die diesen Kampf geführt hat und illegalerweise noch einmal. Und wieder war es wichtig, dass sie, oder notwendig, dass sie ins Gefängnis ging, aber letztendlich ist es gelungen. Und Beate hat weitergemacht mit den Nazi-Kriminen in der Welt, Barbie, Mengele und andere. Mal kurz in die 60er Jahre zurück. Und zwar, Sie waren als Sekretärin beim Deutsch-Französischen Jugendwerk tätig und das blieb ja alles nicht ohne Konsequenzen. Vor der Ohrfeige gibt es ja auch noch weitere, eine Vorgeschichte auch. Sie haben damals schon auch kritische Artikel... Drei Artikel in der französischen Zeitung. Sie haben kritische Artikel in der französischen Zeitschrift veröffentlicht und auf die NSDAP-Belastung von Kurt Georg Kiesinger aufmerksam gemacht, der ja auch für die Auslandspropaganda-Rundfunkabteilung im Auswärtigen Amt zuständig war. Sie haben aufgrund dieser Artikel, also das muss man ja heute noch mal vergegenwärtigen, Sie haben ja aufgrund dieser Artikel dann tatsächlich ja Ihre Stelle verloren. Ja, ich bin von einem Tag zum anderen entlassen worden, ja. Ich hatte drei Artikel geschrieben und der letzte Artikel eben, wo ich eben kritisierte, dass Deutschland sich einen Nazi-Propagandisten als Kanzler wählen kann. Und ich hatte aber unbeständig gesagt, warum ich mich dafür einsetzt einwandern, wie Willy Brandt Kanzler wird, ja. Also ich meine, ich kannte ihn aus Berlin als Bürgermeister. Und Willy Brandt als Widerstandskämpfer, das war für mich, ich hatte ja auch dann später die Kampagne geführt, für die Wahlen 1969. Und das war dieser, ich sagte ja, der Altmaier war, es gab ja französische Seite und deutsche Seite, Altmaier war ein Widerstandskämpfer gewesen. In der deutschen Gruppe waren einige Nazis gewesen. Und ich wurde als Deutsche, ja, die auch schon Französin geworden war, rausgeworfen, weil ich ein, das kritisierte, dass Deutschland sich einen Nazi-Propagandisten als Kanzler wählt. Das war natürlich unwahrscheinlich gewesen, als ich das Serge erzählte, das kann nicht möglich sein, du als Französin, wie kann man dich also da entlassen, ja. Und es war eigentlich der Auslöser gewesen, dass wir sagten, das deutsch-französische Wührung hatte mich, also wir hatten auch einen Prozess geführt, die können zurücknehmen, was sie gesagt haben, das sage ich auf keinen Fall. Aber jedenfalls war das für mich dann die Möglichkeit, also dann irgendwas zu tun. Also wir wollten das, wir konnten das nicht sitzen lassen, ja. Ja, wir haben uns dann zusammengesetzt, ich rief Serge im Büro an und sagte, ich sage, ich bin aus dem Deutsch-Französischen Entlassen, ich sage, was, du bist zu spät gekommen? Ich sage, nein. Manchmal kam ich zu spät, das wurde dann kritisiert. Und das war die Entscheidung, dass wir uns dann zusammengesetzt haben und eben diese Kampagne führten. Und für uns war es Kiesinger Nazi-Abtreten, das war unser Slogan auch, mit den 68er, 68er, ja. Ja, das fällt ja genau in die Zeit, das war ja im Jahr 1968. Und jedenfalls, wir hatten dann, Serge natürlich hatte dann auch, sagte ja, Herr Pazin erzählt, er hatte dann, das ist ja Geschichtshistoriker, und wir hatten dann auch Propagandaministium, die Aktenlagen in der DDR gewesen. Serge hat einen Antrag gestellt gehabt, in die DDR einzureisen und durfte dann die Akten einsehen. Er war in Washington gewesen, wir haben, wie schon gesagt, wir haben viele Dokumente zusammengestellt. Wir haben niemals einen NS-Verbrecher angeklagt, ohne die Dokumente und die Beweise zu haben. Und diese Akten haben wir zusammengestellt. Und dann, wie wollten wir nun, dass dem im Allgemeinen, ich sage, das interessierte keinen, ja. Auch die deutsche Jugend im Allgemeinen hat ja andere Probleme gehabt, also auf Kiesinger waren sie nicht so sehr konzentriert. Und die erste Möglichkeit, die ich hatte dann, war das in, der Bundestag war damals noch in Bonn. Ich hatte dann auch einige Freunde gehabt, die haben mir dann eine Einlasskarte geschickt und ich konnte auf die Besuchertrombine gehen. Und als Kiesinger dann seine Rede begann, schrie ich von oben, das ist ein Foto, das ist nicht das Foto von der Ohrfache, das ist das Foto, wo ich festgenommen werde, wo ich schrieb, Nazi Kiesinger abtreten. Die ganzen Abgeordneten guckten hoch, mussten seine Rede unterbrechen, ich wurde dann festgenommen, aber wieder freigelassen. Und dann haben wir gemerkt, dass man gewissermaßen mit der Dokumentation, ich habe dann auch später diese Akten an die ganzen Abgeordneten geschickt. Dann sagten auch Frau Klaus, der ist doch demokratisch gewählt worden, was wollen Sie denn, ja? Und wir haben dann versucht, Mittel zu finden, um ihn zum Abtreten zu zwingen, aber zumindest auch, um die Deutschen darauf aufmerksam zu machen. Und das war dann eben die Möglichkeit, man muss versuchen, also etwas Illegales zu tun. Das erste war schon illegal und dann eben die Vorbereitung zum CDU-Kongress in Berlin, eben diese Ohrfeige vorzubereiten, ja. Es fällt ja so ein bisschen auf, wenn man sich das so anschaut, dass bei diesen Aktivitäten, die Sie entwickelt haben, erst mal Sie eigentlich sehr im Vordergrund stehen auch, und auch mit der Ohrfeige. Gibt es da auch einen Grund dafür? Ich meine, das war jetzt in dem Fall natürlich, Sie sind Deutsche oder waren oder gemischt sozusagen. Herr Klaasfeld sozusagen als Franzose. Oder gab es da bestimmte Gründe auch, warum Sie da immer sehr in der Öffentlichkeit? Ich meine, hätte ein Jude den Kissinger georfeigt, hätte das keinen Sinn gehabt, ja. Das war die Deutsche. Und ich sagte ja auch damals nach der Ohrfeige, als sie festgenommen wurde und der Richter sagte, aber Frau Klaasfeld, Sie haben ja Gewalt angewandt. Ich sage, eine Gewalt ist, wenn man einen Mann wie Kiesinger in der deutschen Jugend aufzwingt. Das war eben die Ohrfeige der jungen Generation gegenüber der Nazi-Generation. Das war das Symbol, das hättest du natürlich nicht machen können. Genau. Und war Ihnen klar, was das für Konsequenzen auch haben kann? Also, das war ja auch nicht ganz ungefährlich, wenn die Leibwächter das als täglichen Angriff begriffen hätten. Natürlich auch, Sie sind ja auch erst mal festgenommen worden. Was hatte das dann unmittelbar für Konsequenzen? Allgemein, das war die Zeit, wo der Kennedy ermordet wurde und Martin Luther King. Und allgemein natürlich, ich hatte eben auch das Glück gehabt, ich hatte dann einen Eingeweiht gehabt, einen Fotografen vom Stern. Und wir sind zusammen, also dann zum Kongress, sind in die Kongresshalle gegangen. Und er war vorbereitet. Bloß als ich in die Kongresshalle kam, ich hatte auch eine Karte noch für den Kombat, die hatten mir eine Karte gegeben. Also damals gab es nicht die Kontrollen wie heute. Und überrascht war ich, dass die Tribüne unten sehr breit war. Also es war unmöglich, von vorne Kiesinger zu aufweigen, musste von hinten geschehen. Und ich sagte dann, ich sagte, du bist jetzt oben, du hast den Futter beraten, ich gehe jetzt langsam runter. Als ich auf die eine Seite kam, sagte der Saalwächter, Sie können nicht hierhin vorbeigehen, es ist unmöglich. Und Kiesinger bereite seine Rede vor. Ich sagte, auf der anderen Seite steht eine Frau, das ist meine Freundin und eine Journalistin. Ich sagte, nun gehen Sie mal. Und einen Augenblick, wo er sagte, nun gehen Sie mal, war die Sache gelaufen. Und ich sagte, als ich hinter Kiesinger stand, und er drehte sich um, also deswegen war die Ohrfahl nicht auf die Backe, sondern aufs Auge. Sie würden das Foto, er musste sich einen Augenarzt holen, eine Brille aufsetzen, es war die braune Farbe, der Sonnenbrille, wie auch der Nazi-Partei. Und jedenfalls, er sagte auch, das ist die Klaasfeld, das ist ganz klar. Aber ich bin ja festgenommen worden und am Abend selbst festgenommen worden und dann der Prozess wurde dann auch sofort vorbereitet. Aber Serge hat ja damals schon vorbereitet gehabt, wenn du das in West-Berlin tust, als Französin, ist es für dich eine Möglichkeit, dass du da nicht ins Gefängnis gibst. Und wir hatten auch, Serge hatte ja eine Professorin befragt, die Therapelle, und ich sagte, als dann mein Rechtsanwalt damals noch Horst Mahler, Sie wissen, aus dem geworden ist, und ich sagte, als er sagte, ein Jahr Gefängnis ohne Bewährung, ich sagte, aber nein, ich bin Französin und ich möchte hier vom zwischen Stadtkommandant, wie wir sehen, und vor einem Französgericht gestellt werden, was in West-Berlin möglich gewesen wäre. Hätte ich das im Ausland getan, wäre ich wahrscheinlich im Gefängnis geblieben. Das Ganze hätte ich Kiesinger irgendwo in Frankreich aufgehalten, wäre es nicht das gleiche gewesen. Und jedenfalls ein Jahr Gefängnis ohne Bewährung, und auch daraufhin, Französin, ja, der ging dann wahrscheinlich ans Telefon, der Vorsitzende richtet, und sagte, also, war verklagstwert, bis zur Berufung zu handeln, sind Sie auf freiem Fuß. Sie kamen ein, Sie haben Lischka, glaube ich, auch 1973, auch nochmal mit einer Pistole bedroht, also die Ohrfeuer, also es wurde sozusagen, Ihre Aktivitäten, wie gesagt, wurden abenteuerlicher. Wie kamen Sie denn auf diese Idee und war Ihnen die möglichen Folgen nicht klar, oder nahmen Sie die bewusst in Kauf? Ja, ja, sobald man beschließt, sich für eine Sache einzusetzen und wenn man das wirklich aufrichtig durchziehen möchte und wenn die Sache die Anstrengungen wert ist, dann muss man das konsequent bis zum Ende durchziehen, vor allem in einer derart wichtigen Angelegenheit und Sache, die ja nicht nur mich persönlich betraf, sondern tausend Tausende von jüdischen Französinnen und Franzosen waren davon betroffen, deren Eltern ja verhaftet oder deportiert worden waren, Schwestern, Brüder, also Geschwister und Angehörige. Daher mussten wir weitermachen. Wir mussten die Aktion fortsetzen, um die Menschen zu mobilisieren, nicht nur um individuelle Aktionen zu starten, auch um gemeinsame, kollektive Aktionen auf den Weg zu bringen. Das bedeutet, dass unsere Aktionen hohe Wellen schlagen sollten. Der Kidnapping-Versuch von Kotlischka, nun das hing damit zusammen, dass er nicht nur Nazi-Chef bei der Polizei in Paris war, sondern er war ja auch Leiter der antijüdischen Abteilung der Gestapo für das gesamte Reich, war er vorher gewesen. Ich war vorher in der Reichskristallnacht, war er auch daran beteiligt, dass Jüdinnen und Juden verhaftet worden waren. Er war auch Gestapo-Chef in Köln. Und es war ein Krimineller, ein Verbrecher. Nun, der Skandal, der durch diese Aktion hervorgerufen wurde, hing damit zusammen, dass Kotlischka ein respektabler deutscher Staatsbürger war. Und hätte er die Grenze überquert, wäre er verhaftet worden, weil es in Frankreich einen Haftbefehl gegen ihn gab. Wir haben praktisch einen großen Skandal hervorgerufen, mithilfe eines kleinen Skandals. Also das Ganze hat sich zu einem großen Skandal ausgewachsen. Und wir haben weitergemacht. Jedes Mal haben wir illegal weiter agiert, entweder zusammen, wir beide, oder im Rahmen einer Gruppe. Nach und nach scharrten sich junge Menschen um uns in unseren Aktionen. Und wir sagten jedes Mal, dass wir weitermachen würden, bis der Deutsche Bundestag das deutsch-französische Rechtsübereinkommen unterzeichnen würde. Und bis dieses Übereinkommen auch von der deutschen Justiz angewandt werden würde. Bis dahin. Und es ist uns gelungen, dass es dazu kam. Und dann kam es so, dass einige Mitglieder unserer Gruppe in Deutschland dann verhaftet worden sind. Sie kamen ins Gefängnis, aber nach einigen Tagen hat man sie wieder freigelassen. Die deutsche Justiz hat sie wieder freigelassen, man wollte sie nicht behalten. Oder sie wurden von der Polizei in die Grenze zurückgeführt. Sie wurden dann der französischen Polizei an der deutschen französischen Grenze überstellt. Die französische Polizei brachte sie dann zum Präfekten. Und der Präfekt hat sie dann mit Champagner empfangen. nicht nur Aktivist, sondern wie gesagt Historiker und haben sich auch verdient gemacht bei der Erforschung der Verfolgung und der Deportation der in Frankreich lebenden Juden. Die deutsche Besatzungszeit in Frankreich haben ja ungefähr 76.000 französische und staatenlose Juden nicht überlebt. Sie haben die Namen dieser Personen recherchiert und haben die Ergebnisse veröffentlicht in einem Buch 1978 mit dem Titel Le Memorial de la Deportation du Chef de France. Sie haben ja ursprünglich in den 60er Jahren auch erst beim Rundfunk gearbeitet, dann für Getreide Großhändler. wie hat dann dieser Wechsel stattgefunden? Wie lange haben Sie gebraucht um dieses Buch und auch diese Dokumentensammlung, die Sie dann auch 1978 herausgebracht haben, wie ist dieser Wechsel vonstatten gegangen und wie haben Sie das dann auch alles finanziert? Im Jahre 1978 arbeitete ich zwei oder drei Jahre lang an diesem Gedenkbuch. Das war die Arbeit eines Historikers, gleichzeitig war es die Arbeit eines Archivars. Ich begab mich im Zusammenhang in das Zeitgymnistische Jüdische Dokumentationszentrum, also zur Shoah-Gedenkstätte in Paris und die Originallisten, also mit den Namen, waren fast alle aufbewahrt worden. Ich spreche also von den Original-Namenslisten und ich fand auch in Belgien Listen, ich fand ebenfalls bei der internationalen Forschungsabteilung des Roten Kreuzes solche Listen. Ebenfalls fand ich Listen in Auschwitz, auch in Belgien, ich stieß auf solche Namenslisten auch in den Vereinigten Staaten von Amerika und dann habe ich diese Liste praktisch für jeden einzelnen Konvoi, für jeden einzelnen Bahntransport neu erstellt und ich verband das mit der jeweiligen Geschichte der Individuen. Ich bediente mich auch der deutschen Archivbestände. Die deutschen Dokumente sind in die Gedenkstätte der Shoah eingeflossen und ich möchte auch das Besonderes Herrn Lallieu würdigen, der heute Abend hier bei uns ist, im Zusammenhang mit der Memorio de la Shoah. Ich arbeite seit 40 Jahren in dieser Shoah Gedenkstätte in Paris und mit Hilfe dieser Listen, dieser Aufstellung und Archivdokumente hatte ich etwa 6000 deutsche Dokumente gesammelt, die habe ich dann nach Unterzeichnen geordnet, auch nach Empfängern habe ich sie klassifiziert beziehungsweise die Personen, die in den Unterlagen genannt worden waren, nach denen habe ich sie auch geordnet, auch nach denjenigen, die die Dokumente paraffiert hatten, habe ich sie geordnet und dann habe ich die Unterlagen durch einen deutschen Professor übersetzen lassen. Und dann verfügte ich also über eine umfangreiche Dokumentation. Im Übrigen, da Beate und ich auch in der Aktion gegen Klaus Barbie aktiv gewesen sind, auch in unseren Aktionen gegen deutsche Verbrecher, andere deutsche Verbrecher, hat die französische Justiz uns sämtliche Türen und Tore der Archive geöffnet. Und dann im Laufe der Zeit, als François Mitterrand französischer Staatspräsident wurde, hat auch er Mitterrand die Archive für uns zugänglich gemacht. Ich war der Erste im Übrigen, der diese Archive sehen konnte, und zwar die Archive des Innenministeriums, des Ministerrates, die Archivbestände des Justizministeriums in Frankreich. Ich war der Erste, der sie einsehen konnte, die Archive aller Ministerien. Und ich habe auch alle Archive der Departements besucht, also mehrere Dutzend Archive in der Departements. Insofern war ich imstande, ein großes Gedenkbuch zu schreiben und ich ging dabei dieses Mal alphabetisch vor. Also nicht wie im Jahre 1978, wo ich nach Konvois oder Transportwagen vorgangen bin, habe ich später dann das Gleiche gemacht, aber ich bin alphabetisch vorgangen. Vorname, Nachname, Konvoi, Nummer, Transportnummer, nicht wahr, oder der Mädchenname, Geburtsort, Geburtsdatum. Auch der Ort der Verhaftung, was übrigens sehr, sehr wichtig war, der spielte die Adresse der Verhaftung, wo auch die Gemeinde, in der die Verhaftung stattfand, war wichtig und auch das Durchgangslager war wichtig. So gelang es mir, die Familienmitglieder wieder zusammenzuführen, denn häufig war es so, dass die die Deutschen so vorgingen, dass sie einen jüdischen Vater in einem Konvoi steckten, die Muttern in anderen und die Kinder derselben Familie in einen anderen Konvoi steckten und häufig hatten sie ähnliche Namen, Levi, Goldstein, wie könnte es mir gelingen, die Familie mit Levi zusammenzuführen, dokumentarisch und dank der Adressen, der Anschriften, auch dank der Informationen, die ich sammeln konnte, ich war ja der Erste, wie gesagt, die sie sammeln konnte, weil man mir ja die Archive geöffnet hatte, also es war kein Geniestreich, es war einfach Glück, dass man mir die Archive als Erster geöffnet hat und so konnte ich diese Arbeit leisten und so war ich imstande, ein ganz, ganz großes, ziemlich vollständiges Gedenkbuch zu erstellen und dieses Gedenkbuch verbessert sich auch im Laufe der Zeit immer weiter und dieses all jenen zu verdanken, auch die Beiträge dazu geleistet haben, aber auch dank des Internets ist dieses Gedenkbuch ausgeweitet worden. All diese Namen stehen auch auf einer Mauer, die wir 1981 in Ruklit in Israel errichtet haben, eine Gedenkmauer, das ist eine Gedenkstätte, da stehen all diese Namen, das ist eine große Gedenkstätte, auf Deutsch. Ich habe gesagt, welche Informationen gemacht werden, das ist auf Ruklit und ich sagte, als wir das erste Mal dieses Buch veröffentlichten, es war noch, also wir hatten es mit der Schreibmaschine gemacht, wir hatten da junge Leute gebracht, junge Mädchen, die mit der Maschine tippen und wir hatten das dann ausgestellt in einer Versammlung in Paris, glaube ich, Le Jour de pour Israel und wir hatten dann auch die Blätter an die Wand geklebt und als die Juden dann in diese Aufstellung kamen, die wussten gar nichts von den Eltern, die wussten gar nicht, wann die deportiert waren und ich sagte, es war, die weinen vor uns und das war wunderbar diese Arbeit und es war auch nicht eine Arbeit von der jüdischen Gemeinde in Paris gewesen, es war Serge, der gesagt hat, das muss gemacht werden und um das Geld zusammenzubringen, ich weiß, ich hatte da einige Vorträge gehabt, es war ein Einhaber, der hatte ein Geschäft für Kleidung und sagte, Beate, ich mache Kataloge und wir werden das Buch veröffentlichen. Das war unwahrscheinlich, das hätte sonst niemand gemacht, also im Allgemeinen die Deutschen sagten, also die wollten die Zahlen vermindern, in Frankreich etwas zu vergrößern und das ist das erste Mal, dass Serge diese Initiative gemacht hat, das hätte es niemand gemacht, aber ich sagte, das war wunderbar und es ist jetzt jedenfalls etwas Wichtiges. Und wir haben mit dem Memorial Mithilfe dieses Gedenkbuches auch der Gedenkstätte ist es uns gelungen, die jüdische Gemeinschaft praktisch zusammenzubringen rund um diese Gedenkstätte sie zu vereinen und bei den Kölner Prozessen war es ja so, dass Tausende von Juden, von jungen Juden dorthin gefahren sind anlässlich der Gerichtsverfahren und im Zusammenhang mit den Gerichtsverfahren dieser großen Nazi-Verbrecher. Das war ein ganz wichtiger Moment und es war auch wichtig, dass dieser Prozess stattfand. Er war wichtig für die französische jüdische Gemeinde gewesen. Das war letztendlich ja auch erfolgreich. Ein Prozess hat dann tatsächlich stattgefunden in Köln 1979, 1980 gegen Kurt Lischka, aber auch Herbert Hagen und Ernst Heinrichson, genau, die alle beim Befehlshaber der Sicherheitspolizei und SD in Paris tätig waren. und Sie traten ja als Rechtsanwalt im Namen der Nebenkläger auf. Ich war ja, also sehr positiv überrascht dann auch über die Aufmerksamkeit, die dieser Prozess ja auch erregt hat. Viele Prozesse haben auch wenig Aufmerksamkeit erhalten. Wie haben Sie das geschafft, diese über, ich glaube, 3000 Angehörige von Opfern und interessierten Personen aus der jüdischen Gemeinde? Wie haben Sie das sozusagen dann mit unterstützt, dass die alle nach Köln gereist sind, um einfach nochmal zu betonen, wie wichtig ja auch dieser Prozess ist? Wie ging das von Stadten? Ja, wir waren uns der Bedeutung dieses Prozesses bewusst. Wir haben Sonderzüge organisiert, mit denen die Menschen nach Köln reisen konnten. Diese starteten in Paris oder in fahrsischen Regionen, auch Autobusse fuhren extra zu dem Prozess nach Köln. Am Tag bevor das Urteil im Kölner Prozess gefällt wurde, kamen etwa 1000 Juden nach Köln und demonstrierten in Köln auf der Straße. Das war die größte jüdische Demonstration seit der Reichskristallnacht. Damals, als die Juden demonstrierten neben der Gestapo, um danach in die Konzentrationslage zu gehen. Nun, das war in Köln von ganz großer Bedeutung. der Justizminister Kölns hat zehn Jahre später auch eine Gedenktafel am Gerichtshof von Köln anbringen lassen, erinnerte damit an das Engagement der Juden aus Frankreich, die damals in Tausenden, wie ich sagte, nach Köln gereist waren. Frieden mit dem Urteil, also Lischka ist zu zehn Jahren verurteilt worden, Hagen zu zwölf, Heinrichsen zu sechs. Das war ja nicht verbrechend die Menschen. Natürlich, natürlich. Man konnte nicht über 15 Jahre über die Höchststrafe gewesen, aber die meisten waren von den Alliierten gefangen und es wurde abgerechnet und also im Allgemeinen sie sahen. Aber sie kam zumindest das Gefängnis. Das deutsche Strafgesetzbuch sah vor, dass in den 1950er Jahren ein Deutscher, der einen Juden getötet hatte oder eine Jüdin, ja, einen, hätte es mehrere direkte Zeugen der Tat gegeben, deren Zeugenaussage man aufgenommen hätte, dann wäre dieser manchmal sogar bis zu 20 Jahren verurteilt worden, zu einer Gefängnisstrafe von 20 Jahren manchmal auch zu lebenslanger Haft, wohingegen die großen Verbrecher, die tausende von Juden und Jüdinnen zusammengepfercht hatten, um in die Vernichtungslager zu transportieren, die wollte man nicht verurteilen. Die deutsche Justiz, die deutsche Gesellschaft wollte diese Leute nicht verurteilen und die deutsche Justiz war sehr gefolgsam, sehr hörig gegenüber der Politik, der deutschen Politik, sie ist übrigens immer noch sehr hörig, denn die Deutschen möchten ja, dass die Nazi-Verbrecher verurteilt werden, auch wenn sie schon sehr alt sind, also bis zum letzten, solange sie leben, nicht wahr? Und jetzt werden eben Straftäter aus der Zeit verurteilt, die eine geringere Rolle gespielt haben, nicht wahr? Und die werden praktisch heute automatisch verurteilt, fast automatisch werden diese Leute, nun diese Verbrecher, aber in geringer Verantwortlichkeit verurteilt, aber uns ging es um große Verbrecher wie Lischka und Hagen, die in Köln verurteilt worden sind, diese hat man eigentlich vorher ja nicht verurteilt oder nicht verurteilen wollen, oder man war sehr nachsichtig gegenüber gewesen, oder im Lauf des Ermittlungsverfahrens hatte man festgestellt, dass sie krank waren, dass sie nicht verhandlungsfähig waren, und dann lebten sie noch viele Jahre, ohne verurteilt zu werden. Die einzige Person, die wurde liberiert, war Heinrichson, er war Maire in Bavière, Mittenberg. Wir haben zusammengetragen, ich glaube, es waren 80.000 Mark damals, dann wurde er auf freien Fuß gesetzt, natürlich Protestation, er kam wieder ins Gefängnis, aber zumindest im Allgemeinen, sie saßen vielleicht drei oder vier Jahre im Gefängnis, aber zumindest es gab ja auch gesagt, das war im Allgemeinen, wir hatten ja Lischka besucht in seiner Wohnung und die Mito Gemengler gezeigt, sie haben das unterzeichnet, das habe ich nur Admin und das Triefmann unterzeichnet, ich wusste gar nicht, was ich unterzeichne, und sagte, von der deutschen Justiz habe ich nichts zu fürchten, sagt er uns, ja, und für uns war das dann auch für die Opfer, sagt er, unsere Freunde, die Söhne Töchter der Deport Juden aus Frankreich, das war eine Erleichterung, als sie sahen, dass er, der glaubte, von den Deutschen niemals verurteilt zu werden, doch verurteilt wurde, und ins Gefängnis musste, wir wurden, wie Sie sagen, nicht viel lange im Gefängnis, ja, sind freigelassen, starben, dann in ihrem Bett, ja. Das ist ja tatsächlich sehr typisch, weil viele, die zu, also die verurteilt worden sind, jetzt zu sechs oder zehn oder zwölf Jahren Haft, die haben ja diese Zeit gar nicht abgesessen, also. Zumindest es war, wir haben die deutsche Justiz und auch die deutsche politische Gesellschaft damals gezwungen, diesen Prozess zu eröffnen, schon mal, der Wendier eröffnet worden, unser Engagement und Dokumente und diese vorurteilt. Ich sagte also, im Allgemeinen, Lischkach, Hagen, Heinissen, hätten wahrscheinlich nie daran gedacht, dass er eines Tages von einem deutschen Gericht, die Tatsache auch, dass wir in Lischkach aus Deutschland nach Frankreich entführen wollten, hätten wir ihn dann dort, wo er war, die Gestapo bei uns im achten in dieses Gebäude zurückgebracht, hätte er wieder vor das französische Militärgericht gestellt werden müssen. Aber das hatte nicht geklappt, die Entführung klappte leider nicht, Sie sehen das auf den Fotos, wir hatten da einige junge Leute zusammengetragen und wir wussten, dass er morgens von dort, wo er wohnte, nach Köln in sein Büro ging und dann sagten wir, wir haben ein Auto gemietet gehabt aus Frankreich, einen großen Mercedes, als er ankam, war es ein Sportwagen gewesen, und dann jedenfalls derjenige, der ihn dann schlagen soll auf den Kopf, das klappte auch nicht und dann kam jemand aus der Polizei, das war ein Privatmann, ein Kontrolleur, der sah die Sache und für uns war das natürlich gefährlich, wir sind dann wieder weggegangen, aber zumindest war der Versuch gewesen und Sie sehen ja die ganzen Fotos, er läuft davon und er wusste ganz genau, dass wir ihn aufgesucht haben und die Gefahr, dass wir ihn auch eines Tages mal wieder entführen konnten, aber es hatte nicht geklappt, aber zumindest der Svagen hat einen großen Skandal ausgelöst und ich sagte, das war ihm die Möglichkeit, dass der Prozess eröffnet wurde. Sie haben schon die veränderte Rechtsprechung geht sicherlich auch mehr um das Symbolhafte und damals die großen sozusagen wichtigen zentralen Tätern sind ja eigentlich ich muss da wirklich sagen eigentlich glimpflich hier vorbeigekommen. Wie sehen Sie diese Entwicklungen heute? Die großen Nazi-Verbrecher, diese Entwicklung, die großen Nazi-Verbrecher leben nicht mehr, sie sind seit 20 Jahren tot, man kann sie nicht mehr verurteilen, man kann jetzt nur das Nazi-Verbrechen über kleine Verbrecher, die damals ganz jung waren, die kann man noch verurteilen. Das sind Verurteilungen, die fast automatisch inzwischen erfolgen, die trotzdem interessant sind, denn wenn man das Beispiel des Lagers Stutthof sehen, der Wächter, der gerade gerade verurteilt wird, das erlaubt es, noch einmal hervorzuheben, was in diesen Lagern passiert ist und genau zu verstehen, wie das System funktioniert hat. Aber er wird am 20. Dezember, glaube ich, verurteilt werden. Es ist klar, entsprechend der Zeugenaussagen und nach den Dokumenten, die es gibt und auch nach dem Besuch in dem Lager, die die Jury dieses Gerichts gemacht hat, ist es klar, dass er nicht wissen konnte, dass er in einem solchen Lager arbeitete, wo man die Menschen misshandelte und wo man systematisch die Gefangenen auch umbrachte. Das heißt, er wird verurteilt werden, aber das ist das Nazi-Verbrechen als solches, was verurteilt wird. Und die Person selbst, er war 18 Jahre alt, das ist nicht so wichtig, also er war nicht einer der großen Verbrecher. Und trotzdem, es gibt hier etwas, was nicht so ganz erfreulich ist, wenn man jemanden sieht, der fast 100 ist oder über 100, der verurteilt wird und der nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen. Es ist ein bisschen ein Unwohlsein, was sich da einstellt, aber es ist auch gleichzeitig ein Widerspruch, den man nicht auflösen kann. Man möchte das Nazi-Verbrechen verurteilen, deswegen muss man eben sich an Menschen wenden, die eingebunden waren in dieses Nazi-Regime und der Gesellschaft einen Dienst geleistet haben. Und jetzt müssen wir der Gesellschaft den Dienst leisten, der deutschen Gesellschaft zu zeigen, dass wir den Willen haben, dieses Nazi-Verbrechen als solches zu verurteilen und die deutsche Justiz antwortet eben auf dieses Verlangen der deutschen Gesellschaft, so wie es vor 60 oder 70 Jahren der Fall war, als sie auch damals, als damals eben es nicht gefordert wurde, dass diese Verbrecher verurteilt werden. Wir waren im Prozess gewesen, ich habe unseren Mitglied begleitet, im Prozess in Hamburg gegen Bruno Dey, also wir haben ihn reinkommen sehen, also ich sage, er war im Stuttdorf gewesen, unser Mitglied, der Fise 4 und wir waren noch im Prozess dem Januk damals in München gewesen, wir haben gesehen, die kommen dann auf einer Bar rein, sprechen überhaupt nicht und auch in Hamburg, Bruno Dey, also er hielt immer ein Heft vor sein Gesicht und keinem Bedauern, ja, also im Allgemeinen, sie redeten heraus, sie wussten nichts und ich weiß nicht, das ist glaube ich nicht gesprochen worden, aber wir waren dort gewesen, wir haben gesehen, wie die Sache verläuft, ja, also, das war ja auch bei dem Wachmann des Karts. Aber das Wichtigste ist auch, dass die Zeugen, ja, unser Freund kam aus Paris, aber wir sehen ja den Prozess, wir sehen ja entweder über Zoom oder sie kommen selbst, sie kommen aus Australien, aus Amerika und berichten, was geschehen ist. Und es ist vielleicht für die Jugendlichen heute wichtig, dass in diesem Prozess Geschichte aufgearbeitet wird, die Zeugen sprechen, was ihnen geschehen ist, ja, und das ist vielleicht etwas Wichtiges, dass diese Verbrecher noch mal ins Gefängnis kommen, das können wir nicht erwarten, aber zumindest sie werden bestraft, verurteilt, ob sie das Urteil absetzen müssen, wissen wir nicht, aber zumindest hat sich was geändert, ja, die Richter sind heute junge Leute, nicht wie damals, und die zu bestrafen. Wir wollten niemals die kleinen Kriminellen verurteilen, wir wollten diejenigen verfolgen, die eine fantastische Ausbildung erhalten hatten unter der Weimarer Republik, das war unser Ziel, die wollten wir verfolgen, weil wir freier Schiedsrichter sein wollten und größer als die die nur schlecht ausgebildet waren, das heißt, wir haben uns, wir haben eigentlich im Jahr 2000 aufgehört mit der Arbeit, denn diese Kategorie der Nazi-Verbrecher existierte zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr. Ich will jetzt noch auf viele Aktionen eingehen, die Sie auf die Wege gebracht haben, Sie waren an vielen Demonstrationen auch beteiligt, also da gäbe es noch sehr, sehr viel zu sagen, aber ich glaube, das kann man sich auch noch mal genauer in der Ausstellung auch noch mal anschauen. Mich interessiert jetzt noch mal ein anderer Aspekt, Sie haben ja in Ihren Erinnerungen auch geschrieben, es gab so einen Zeitpunkt, wo Sie sich entschieden haben, wir wollen kämpfen, gegen das Vergessen vergessen und wir wollen diesen Kampf auch gewinnen. Und da würde mich jetzt interessieren, wenn Sie jetzt heute so auf die Welt schauen oder auch nur auf Deutschland und Frankreich, haben Sie dann das Gefühl, dass Sie Ihren Kampf gewonnen haben? Nein, wir haben einen Beitrag geleistet, wir haben gegen das Vergessen gearbeitet, wir haben Werke, historische Werke erstellt, die Referenzwerke sind, aber der Kampf selbst, die Zukunft unseres Erinnerns der Shoah der Juden ist garantiert, denn wir haben Millionen von Dokumenten in Yad Vashem in Jerusalem, wir haben im Holocaust Museum in Washington Millionen von Dokumenten, in New York, in jedem Land, wo die Shoah stattgefunden hat, gibt es ein Dokumentationszentrum, das das dokumentiert, was sich in dem Land abgespielt hat. Also da habe ich keine Sorge für die Zukunft, was das Gedenken angeht und das Erinnern, aber im politischen Umfeld ist es ein wenig anders, wenn das politische Umfeld diese Gedenkstätten der Holocaust zerstört, dann sehen wir uns einer anderen Situation gegenüber. Das heißt, man muss dieses Gedenken weiter verteidigen, man muss gegen das Vergessen weiter kämpfen und politisch gesehen haben wir jetzt die besten Bedingungen für die Demokratie das auch zu tun. Ganz einfach.